Ich würde sagen, dass es natürlich dann schnell irgendwelche Ökonomen gibt, die die gegenwärtige Regierungslinie und die gegenwärtige Politik rechtfertigen wollen. Also nehmen wir Fratscher, der ist für mich so das Beispiel eines Gefälligkeitsökonomen. Er hat vor drei Jahren, vor zweieinhalb Jahren mit Seitenblick auf mich und andere noch vor Panikmacher, vor der Inflation gewarnt. Und heute gibt er zu, dass die Inflation da ist. Heute sagt er, machen wir Preiskontrollen.